Warum, 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 was I do up? Es ist gut, wenn du weißt, was du willst, wenn du nicht weißt, was du willst, ist das nicht so gut. Du musst dich entscheiden, zwischen zwei wunderschönen Frauen, so schönen Frauen, du möchtest dich leiden, du willst Spaß in allen beiden. Das konnte dich gut gehen, und weil du dich nicht entschieden hast, hast du beide verloren. Und siehst du mir jetzt damit in den Ohren, es ist gut, wenn du weißt, was du willst, wenn du nicht weißt, was du willst, ist das nicht so gut. Es ist gut, wenn du weißt, was du willst, wenn du nicht weißt, was du willst, ist das nicht so gut. Du sagst mir, dass du müde bist, doch eigentlich bist du noch leid, wärst du noch leid. Und wenn du entscheidest, um dich deine Stärke ist, muss ich dich dann einer entscheiden. Du, 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 ich setze dein Vertrauen am Spiel, mir wird es jetzt so viele Frauen zufrieden. Du, 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 ich setze dich der Hand vor die Tür, doch einen guten Mal gegen die Welt. Es ist gut, wenn du weißt, was du willst, wenn du nicht weißt, was du willst, ist das nicht so gut. Es ist gut, wenn du weißt, was du willst, wenn du nicht weißt, was du willst, ist das nicht so gut. Es ist gut, wenn du weißt, was du willst, wenn du nicht weißt, was du willst, ist das nicht so gut. Alle über dreißig. Es ist gut, wenn du weißt, was du willst, wenn du nicht weißt, was du willst, ist das nicht so gut. Natürlich jetzt alle Männer. Es ist gut, wenn du weißt, was du willst, ist das nicht so gut. Jetzt nur sie ohne Chor. Es ist gut, wenn du weißt, was du willst, ist das nicht so gut. Jetzt mal zödig. Moment, die haben doch aufgezeigt. Die könnte man zödig, oder? Ja, also, das muss doch gehen. Ich glaube, die brauchen ein bisschen Hilfe. Wir machen sie mal vor. Es ist gut, wenn du weißt, wenn du weißt, was du willst, ist das nicht so gut. Denn in der Welt, man muss wissen, was du willst, wenn du nicht weißt, was du willst, ist das nicht so gut. Dann wird sie verratzt. Ja. 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 Dann würde ich sagen, mach mal eine Runde Bayerisch. Das ist gut, wenn du weißt, was du willst, wenn du weißt, was du willst, dann ist's nicht so gut. Ja. Ja. Wir machen jetzt mal eine kleine Unterschreibung, meine Herren, ich bin ja Kölner, ich hab ja keine Ahnung. Meine Herren haben mir gesagt, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Oberbayern und Niederbayern. Weil wir hören, ob sie das auch rausbringen. Wir fangen mit oberbayerisch an. Man sagt mir, das sei sehr viel ziselierter, sehr viel zweiter, sehr viel angenehmer, sehr viel so. Für mich als Kölner, okay. Nicht auf den ersten Blick erkennbar. Aber wir probieren das mal, ja? One, two. Oberbayernisch. Lass mal die. Okay, aber Niederbayern, Niederbayern raus, Niederbayern, eins, eins, eins. Ja, ihr müsst euch jetzt zusammenhocken, oder ihr bringt einander doch ganz, ganz schnell bei. Niederbayernisch hört sich so an, als ob man eine heiße Klappe auf jeden Fall, hab ich mir gesagt. Das ist nicht das, was ich finde, das hat man mir so erklärt. Ja, ich hab das nicht gesagt, man hat mir das so erklärt. Wir machen das mit allen zusammen, das muss so ein bisschen dumfer klingen, so ein bisschen mehr so wie aus dem Wallen. So, jetzt Achtung. One, two. Sie ist nur, wenn's groß, groß, kurz, kurz, jetzt ein. Viel zu grober weit, wird das viel, viel was r смотреть. Ja, da mal richtig, Jungs, richtig, beine Schwachen. Sie ist nur, wenn's groß, groß, kurz, kurz, der ist, und wohl ist, geht so gut. Sag nur, wenn's das Wissen da Jessie ist. Vielen Dank.